Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Führerschein zurück. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schacke! ... wird niemand Ihnen glauben, wenn nicht glaubt Ihnen Ihre Frau nicht. Und Sie werden Ihnen todsicher die nächsten drei Jahre zur absoluten Hölle machen, denn so lange dauert es nämlich, bis es zur Verhandlung kommt. Und der ganze Spaß kostet Sie 100.000 Dollar. ... 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